Herbst Willkommen Leute zu einer neuen Auflage von mir. Mit dabei ist der Liam. Hi. Und ich bin auf Hive. Weil ich nämlich ein Thema anzusprechen habe. Und zwar, wie ihr wisst, ich habe viele Clients. Ich habe Wurst, Skid, Liquid Bounce. Boah, Wurst ist ja auch so ein kranker Client. Sigma und Wurzscher, mit dem Wurzscher gerade darf. Wurzscher und Wurzscher. Ja, danke. Die geskillte Version. Gelegte Version. Gelegte Version. Und Wurzscher ist mittlerweile bei... Boah, geil. Ein Schwert habe ich gefunden. Wurzscher ist mittlerweile... Ja, kommt zum Punkt. Ich bin gemunt. Why? Also noch nicht, aber mir schlägt die ganze Zeit Mord. Ja, ich... Wurzscher wird auch abgeschlagen. Die Mummuns. Komm, lass mal. Ja, erstmal nicht. Komm, lass mal. Ich hab nur noch mein Herzen. Jo, hier ist ein Gegner. Ist gleich tot. Ist nicht tot. Was? Ähm... Und die ganzen kleinen Zappelwurst, Skid, Liquid Bounce, Sigma und Wurzscher. Und ich hab mir gesagt, okay, komm mir klein. Und ich bin am überlegen, ob ich mir von Haze entweder Echeck oder Vega hole. Ich denke, ich hole mir Vega. Und es ist halt auch schon vertrautig, dass auf dem Server einfach der 7,3er Range durchgeht. Na, schau das an. Bei dir flaggt der Speed ja null. Ich hab auch... Was hast du da drin? Äh... A, C, B hoppen. Und der flaggt bei mir auch. Du musst den High-5C Fly reinmachen. Fly? Okay, Fly kann ich auch was wissen. Den Speed meine ich. Sweet High-5. Der ist bei mir, äh... High-5C ausgewählt. Ja. Ist bei mir ausgewählt. Ah. Super, super, äh... Super Client. Geht ja auch, äh... Übrigens ein 3er Step durch. Null. Huch. Guter Client. Es geht ja auch ein 3er Step durch. Leider geht er nicht so, äh... Schneller, äh... Dings durch. Äh... Der ist wie du bei Sigma. Ja, jetzt ist er. Jetzt geht er... Äh... Ich bin auch schon im Deathmatch. Jetzt klebt mir die... Sieh, ich geh nach vorne. Du holst in die beiden Killzeiten. Ich will die voll schwer werden. Fuck. Ich wurde gemahnt. Das ist einfach schreit. Das ist einfach schreit. Halt's Maul. Ich will einen ins Wasser werfen! Mano! Ich hab nur gekickt. Ja, ich hab auch gekickt. Ich weiß noch warum. Why? Was stand bei dir? Follow... äh... Step aus. Step aus. Ah, toll. Du steppst bei mir aus. Step ins bei mir aus. Haha. Ähm... Ja, ich lade dich noch mal ein. Ja, ob man dran... Ähm... Das sind wir auch in der nächsten Runde. Loll. Äh, genau. Ich... Ich werde mir entweder Vega oder E-Check kaufen. Ein Halbwechsel-Klein. Wie klären. Das brauch ich nicht. Weil, äh... Wohlstand auch ein, äh... Halbwechsel-Beinpasst. Also ein Halbwechsel-Flein. Der auch funktioniert. Hab ich auch schon getestet. Und dann geht auch die Killerein und alles durch. Also... Oder das Koks-Pack. Das ist richtig geil. Hm. Ich weiß. Ein Bein. Das brauch ich nicht. Ähm... Klären... Ähm... Ja. Klären. Plus... Da haben wir Sigma. Und für Cube-Craft habe ich auch Mol-Craft. Aber halt ein Comic-Lenschen, wie gesagt. Jungen, wir haben Sigma-Flein-Pixel. Ich hab nicht schon... Okay. Oh, Junge, der Geist. Oh, weil ich das Ding gewechselt hab. Ganz schön. Hm. Ähm... Abverkackt. Ich denk, ich werd mir sogar, äh, Pings holen. Ähm... Bro, I have not! Ich hab auch nichts. Ah, ich bin dead. Ja, aber was denk ich? Nice! Äh, ich werd mir, denk ich auch holen. Ich denk, ich werd mir eher Vega holen. Und statt E-Check, ich weiß es noch nicht. Und das muss ich mir noch überlegen. Was ich mir genau davon holen werde. Auf jeden Fall eigentlich meine Comic-Lenschen. Dass ich meine Comic-Lenschen hab. Und schon. Ansonsten für Cube-Craft und... Hive und... Hive und... Hixen hab ich, wie gesagt, Vulture. Und für Redes-Geige hab ich auch Vulture. Für MC Central hab ich auch Vulture. Nur für Kommen brauch ich halt ein Kleint. Und dann denk ich, willst Vega tun. Und dann denk ich, willst Vega tun. Ich werd' das halt... Ist du tot? Nee, Mann. Ich 7,3er range. Ist... Traurig. Ist schon gut, ne? Schon gut eigentlich. Ist schon gut, das aber... Guter Server, echt. Feier ich den Server. Haben die Devs so eine gute Arbeit geleistet. Auch, ich hab so das Gefühl, dass Gaffin... Gaffin im Rottengarten. Ja, wird aufgeschüttet. Und die Scheiße. Wann dann auch nicht Auto? Ja, auf Hive gibt's ja nicht mehr Autobahns. Rottwein. Ja, äh... Bis zu irgendwas davon. Junge, ich spiel mit ner Vulture Version, die gefühlt 3 Jahre alt ist und werd' nicht geautobahnt. Mit ner 7,3er range. Welche Version hast du? Äh... 1, 3, 5. 1, 3, 5. Ja. Äh, mittlerweile gibt's das die neueste Version. Wo ich halt grad benutzt, weil er hat halt nur ne geliebte Version. Sonst wird nicht geupdatet. Die neueste Version ist ja die 1,5. Nee, meins, meins wird jeden Tag geupdatet. Äh, das ist ja die 1,5. Das ist ja die 1,5. Ja. Gut, äh, Cedric, ich bin hier, ja, gefangen. Ja. Gut. Was wir leider nicht durchgehen, ist nicht... Ich hab's nicht machen. Ich sag, was wir leider nicht durchgehen, und ich hab's nicht machen. Äh, Bruder, ich brauch dich auch. Ja. Und ich hab' als nächstes Mega oder halt... Ja. Ich denk' eher mal, äh, Mega. Ja, ich bin raus wegen Step. Ich bin rausgekommen wegen Step. Jetzt aber was. Ah. Ach. 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 Lass mal bitte gleich auf... Lass mal bitte gleich auf dem Discord gehen, dann. Ich will dir... Ich will dir den Lied zeigen. Ah, das... Äh, ich meinst jetzt, was du kriegst. Was? Das ist nicht der Step. Aber war mir schon klar, weil ich den nicht anhatte. Äh, das ist das Fast-Lied. Fast-Lied. Habe ich nicht an. Kann's eigentlich auch nicht sein. Oder hab ich das an... Warte, warte... Nö. Ich bin einfach in der Runde. Nö. 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 ist jetzt in 6 Sekunden, also du kannst noch kurz warten. Jo, du kannst ja eigentlich meine Bildschirmaufnahme filmen. Jetzt hier kurz. So, los geht's. Oh, Server ist ja scheiße. Boah, jeder! Die Kill-Oper! Ging gestern einen ganzen Tag lang die Kill-Oper. Ey, die Kill-Oper. Hey, ich steh'n alle auf die Card hier. Ich steh'n alle auf die Card hier. Ich steh'n alle auf die Card hier. Ging einen ganzen Tag die Kill-Oper durch. Mit Witcher. So, next round, Leute! Aber sonst... Ja. Das geht halt nicht. Und deswegen brauche ich halt E-Check oder Vega. So, letzte Runde habe ich gehört. Oh, echt persönlich? Ja. Warum? Ja, willst du deine Fans da, deine drei Abonnenten... ...wirst du die... ...wirst du die... ...die ganze Zeit voll labern, dass du dir Vega holen willst. So 30 Minuten lang gefühlt, dass du dir nicht... ...wirst du die ganze Zeit über das gleiche Thema labern? Ja. Nee, hast du denn noch irgendein Thema? Äh, zum Schluss zeig' ich euch dann noch das neue... Ja, ich hab' sogar wirklich noch ein Thema. Wann kaufst du mir Vulture? Äh, zeig' ich euch dann noch das neue Hub. Achso, das neue System, weil das jetzt auch so geil aussieht. Das klicken schon alles halt immer noch. Das... Dauerwerbesendung. Da ist jetzt so ein Zahnrad, aber das ist auch ganz geil. So, darf ich jetzt mein Thema ansprechen? Äh... Ja, genau, jetzt kannst du... Wann kaufst du mir Vulture? Nee, nee, äh... ...wann ich hab' ich gesagt, wenn der Presse keine hat. Aber nee, äh, richtiges Thema halt noch. Ja, ich hab' kein richtiges Thema. Doch, ich renn' in die falsche Richtung. Voll das kranke Thema, Digga. Jo, äh, ich hab'... Ich weiß aber jetzt wirklich noch, wie du bei Vulture, ähm... ...die ganzen Chests hier anzeigen... ...äh, anzeigen lassen kannst. Ja, ich hab's jetzt auch schon. Wie denn? Hm... Ich hab' einfach... ...weil einfach... ...Chests in SPR. Ja. Ja, aber doch nicht die von Hive MC. Doch, die wird mir auch angezeigt. Zeig. Das will ich sie... Also... Eiger, mach... Zeig mir das gleich mal, bitte. Ja, geh' mal ins Clicktroy. Dann geh' mal auf Gems. Und dann mach Entity an. Dann siehst du... Und dann Color. Entity und Color musst du anmachen. Und ich glaub' mein Game crashed. So, jetzt hab ich noch nicht mehr gekriegt. Ja, mein Game ist gecrashed. Nice one! Und... Ja, geil. Du kannst den nächsten Mal noch mitmachen. Ja, ne, scheiß drauf. Warte. Ich weiß aber auch, was denn was ich krieg. Was ich die ganze Zeit kriege. Yo, warte! Nein! Es geht sogar doch noch. Kacke. Huch. Cool, danke. Ja, egal. Dann kann ich jetzt mit spielen. Fängt eben. Egal, neue Runde. Fängt eben 14 Sekunden ab. Geil. Feiertes. Nicht. Komm, lass beide nach hinten ab. Lass beide... Lass beide... Lass beide nach hinten abhauen. Abbauen, Digga. Abbauen, Digga. Ich muss aber, äh, fast. Ich kann es anmachen. Ich darf ihn nicht vergessen. Ah, guck hier. Zum Beispiel den hätte ich gar nicht gesehen. Ohne das. Gems, ESP. Guck mal, da hinten sehe ich das nächste. Und hier sehe ich auch das nächste. Und jetzt ist alles dunkel, weil dieses Pack scheiße ist. Hast du ein Schwert? Ja, ich habe ein Schwert. Da hinten habe ich sogar, glaube ich, 1 gedroppt. Hm. Ich muss kurz, äh, ein anderes Pack nehmen. Das ist das Koksbeck ist mit. Ach, so. Jetzt kann es aber losgehen hier. Was willst du denn losgehen? Ich gehe zu diesem D8-Typi. Oh, nice. Das ist eine Eisenhose. Ah, D9. Hello. 7,3er Range. Wollen Sie noch irgendwas von mir wissen, so? Ah, das ist noch kein Schwert? Ja. Äh, ja. Hier ist noch eine Chest. Ich muss das Torz ja gleich mal zeigen, wie das aussieht. Ich hatte, warte mal, hat. Ach, das bist du, lol. Ähm, ich finde, ne. Hat's, lol. Hat's gar nicht. Was? Er hat kein Target Strafe. Doch, in der Kill Aura. High Strafe. Hm, was? Dann haben wir schon dran. Ja, das merkst du gar nicht richtig, das Target Strafe. Das ist gar nicht so ein heftiges Target Strafe. Aber es strafet schon ein bisschen drum herum. Was noch ist, wo, ähm, einmal das Cube Craft Update. Und zwar auf Cube Craft geht es eine 4,1er Range durch Mein Freund hat's, mein Freund, mein Freund hat's geschafft. Mein Freund hat's, mein Freund hat's geschafft, äh, mein Freund hat's, ne, äh, äh, Ach, Junge, Alter, kannst du mir jetzt mal zuhören? Mein Freund hat's geschafft, wieder einen Autoblock in die Kill Aura einzubauen, ohne dass er gebannt. Ja, das ging auch. Das ging nicht. Das geht auch. Jo, Ach, Wäcker. Ich hab auch grad einen Anhänger. Äh, ich wurde, äh, ich weiß nicht, was, äh, du wurdest gebannt? Nein, ich mein, äh, was ich im Alter auch gebannt wurde, weil ich bisher, ich weiß das jetzt. Was war's denn? Ähm, es war tatsächlich der Tagesschrift. Ja, aber es war trotzdem die Killer auch mit Autolog. Äh, ich werde auf jeden Fall nicht der Tagesschrift ausmachen. Hätte ich nicht gemeint. Mit welchem Kleid denn? Wollscher. Klugschaft. Aber ich hab mal so, du wusstest doch irgendwann auch nicht mal, dass es den Tagesschrift gibt. Ich, muss, doch. Ich dachte, es gibt ein Ereignisgebote für, auch noch. So, erster Dead, zweiter Dead. So, das war's dann auch wieder mit der Aufnahme. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst den Daumen hoch da. Und, ja, ciao. Einmal machen wir noch, Leute. Keine Ahnung, es ist natürlich dann Spaß, und es ist natürlich dann Autist, Alter. Warum wusstest du, dass du in der Hotbar auf Five eigentlich alles verstellen kannst? Du kannst alles irgendwo hinziehen, wo du möchtest. Lappen-Server. Feier ich den Server. Das ist guter Server. Feierst alles. Gute Server. Ah, ja. Das Video kommt sogar heute noch online. Wenn es nicht 10 Minuten gibt. Komm, hier. Lass mal die Leiter hier hoch. Nö. Nö. Jetzt geht der wieder nicht schwul. Nö. 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 hidden man hat sein, den boom值, und fels бы nö. Wird bestimmt bald, äh QUE Ja, aber wenn du dann Vega hast, dann fragst du Tannoshi, ob du die Hardware resetten kannst oder dann spiel ich auf Vulture. Weil den brauchst du ja nicht mal, weil Vega fünfmal besser ist als Vulture. Oh Junge, wie ich den auseinander genommen habe. Der ist da oben auf so einem Holz, auf so einem Gitter oben rumgegangen. Also du kennst doch diese Gitter, wenn du die einmal hintereinander platziert, dann ist das so ein normales Gitter, ne? Und dieses, da ist er halt draufgegangen. Ich habe ihn erstmal mit der Angel runtergeschubst. Ihr müsst halt wissen, so Cedric ist reich, ne? Er hat auch anywhere. Es nimmt jetzt niemanden. Was? Es hat jetzt niemanden gejuckt schon. Doch. Es geht ja um Minecraft. Ja, es kann ja auch gerne um Minecraft gehen. Ich wollte ja nur sagen, dass du reich bist. Ne, mir das halt nicht, lol. Ah, anywhere, 3000 Stunden, Account in CSGO, Vulture, bei Vega oder was? Und ja... Vulture ist mein einziger gekauft, der Kleid. Ich hab schon zwei Switches. Was gerätst du mir in den Weg? Das ist Michael. Das ist so meine. Piss dich, alter. Ah, scheiße, ich dachte... Haha, ich hab dich mit der Angel gehittet, oder? Ich weiß zwar nicht wie... Ich hab schon mal gedacht, ich wurde gewandt. Ja, hab ich auch mit der, aber nur ganz kurz. Ah, lass uns nicht, lass uns töten. Nicht töten, bitte. Ich mag den Zuschauern zeigen was. Ja, los. Ja, okay, nein, mach, 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 mach. Ich wollte euch die Infinity Reaches zeigen. Oh, ja, das kann ich eigentlich auch ganz gut machen. Oh, und Zeichnung, Vulture, ihr drückt C und... Und, es funktioniert nicht. Wir können auch auf Team weg, meine Runde. Ja, wir haben ein KILL, du dummer. Ja, jetzt haben wir einen KILL, du dummer. Ich weiss nicht, wenn ich nochmal gehüttelte. Ich weiß nicht, wenn du noch mal gehüttelst. So Leute... Warte mal, hab ich jetzt noch nicht aus. Ich hab... Aaaaah, schade Luka. So, Leute, das war's dann vom Netz. und das ist jetzt halt ganz normal und das ist ein abo da haut da sorry, willkommen nach dir haut da dann bis zum nächsten mal ciao